Wir haben hier das Asus ROG Strix GL503VM Laptop von Asus stehen und natürlich auch für euch getestet. Auf dem ersten Blick mit der Aluminium Optik besitzt das Mittelklasse Gaming Laptop ein schönes aufgeräumtes Design, dem man nicht seine Power sofort ansieht. Optisch könnte man auch eher ein Office oder Business Modell vermuten. Mit einer Bauhöhe von 204 cm ist der 15,6 Zoll Laptop recht dünn, aber nicht zu dünn und mit einem Gewicht von nur 2,6 Kilo für den Transport sehr gut geeignet. Asus stattet den ROG Strix GL503VM Laptop mit einem entspiegelten 15,6 Zoll 16 zu 9 LED Display mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixel, der auch unterwegs ein hervorragendes Bild bietet. Die Rückseite des Bildschirms besitzt neben der eleganten schwarzen Aluminium Oberfläche das im Betrieb rot aufleuchtende ROG Logo und die aktuell ROG typische kleine auflockernde Kante quer über die Oberfläche. Sonst keine extravaganten Spielereien im Design. Haptisch bietet die Oberfläche keine Besonderheiten. Recht glatt und kühl, doch schauen wir uns mal das Innere des GL503VM an. Im Inneren setzt Asus auf das glatte Design komplett in Schwarz mit Carbon Optik, sonst nichts Besonderes, keine Farbakzente oder ähnliches. Die Tasten der Tastatur ragen aus der eingelassenen Tastaturoberfläche und werden im laufenden Betrieb in verschiedenen optionalen Farben hinterleuchtet, wie auch die Buchstaben. Die Beleuchtung der Tasten können wir individuell im mitgelieferten ROG Aura Tool steuern und nach unseren eigenen Wünschen anpassen. Doch was einem am meisten interessiert, ist doch was unter der Tastatur steckt. Der Asus ROG Strix GL503VM wird von einem Intel Core i7 der siebten Generation betrieben. Ein i7-7700HQ mit 2,8 GHz in der Basis und taktbar bis auf 3,8 GHz. Hilfe erhält der Prozessor durch den DDR4 2416 GB Arbeitsspeicher. Unterstützen wir diese Kombo durch eine Nvidia GeForce GTX 1060 mit 6144 MB, eine gute Kombination aus CPU und GPU, die uns solide Benchmarks und ein gamerfreundliches Zocken versprechen. Aktuelle Spiele sind in sehr guter Grafikqualität flüssig und ohne Probleme zu spielen. Wir drehen mal das Gerät um, um uns mal die Beluftung der Hardware anzuschauen. Im oberen Teil sehen wir eine relativ kleine Fläche mit Lüftungsschlitzen. Hier wird die Luft anhand der beiden Dual Lufter angesaugt und im Gehäuse verteilt. Anhand mehrerer Heatpipes geht die Abwärme, die durch die CPU und GPU erzeugt wird, an die beiden Schlitze hier am hinteren Teil des Gehäuses raus. Während einfachen Office und Browser arbeiten, ist die durch die Dual Lüfter erzeugte Geräuschkulisse annehmbar leise. Doch bei intensiven Prozessen wird es schon lauter, recht stark hörbar aber noch im Rahmen des Erlaubten. Doch die Geräuschkulisse ist eher das geringere Problem. Die Abwärme, der häufig 80 bis 90 Grad warmen CPU und GPU geht nicht nur über die Heatpipes raus, sondern auch das Gehäuse reizt sich etwas auf. Ist der untere Bereich der Tastaturoberfläche noch angenehm warm, ist dies im oberen Teil nicht der Fall. Vor allem im Bereich der ROG-Taste und dem Einschalter heizt sich die Oberfläche extremst auf, da es in rund 3 bis 4 Stunden Gaming sogar Verbrennungsgefahr besteht. So, schauen wir uns noch an dieser Stelle mal kurz die Komponenten an. Auch beim Asus ROG Strix GL503VM steht dem Nutzer die Möglichkeit der Hardware einen Upgrade zu verpassen. Über die Klappe am unteren Bereich der Uterseite kommen wir an die verbautes Seagate Farocuda 1TB Hybrid Festplatte, wie auch an einem zusätzlichen Steckplatz, um einen weiteren Rahmenriegel zu installieren. Die Konstellation, die wir in diesem Gehäuse erhalten, benötigt genug Power, um die Leistung auf dem Bildschirm zu bekommen. Die Akkuleistung der Leone 4 Zellen ist relativ enttäuschend. Bis zu zweieinhalb Stunden beträgt die Nutzungsdauer beim Zocken. Zudem laufen die Lüfter auf Minimallast wie auch die Hardware. Im einfachen Betrieb mit gleicher Leistung sogar bis zu 6 Stunden. Bevor wir zum Fazit kommen, möchte ich noch auf die Anschlussmöglichkeiten kommen. Das Gerät besitzt insgesamt drei USB 3.1 Typ A Anschlüsse, ein USB 3.1 Typ C und ein USB 2.0 Typ A Anschluss. Auf der rechten Seite sind jeweils ein USB 2.0 Typ A, ein USB 3.1 Typ C und ein USB 3.1 Typ A Anschluss zu finden. Auf der linken Seite des Gehäuses sind die restlichen beiden USB 3.1 Typ A Anschlüsse angebracht. Zusätzlich an der rechten Seite finden wir ein SD Kartenleser und auf der linken Seite ein Audio Jack Combo Anschluss. Plus HDMI Anschluss mit 4.1 Support, ein Mini Display Port und ein Ethernet Anschluss. Zusätzlich zu dem Ethernet Anschluss besitzt das AeroG Strix eine 802.11ac WiFi Netzwerkschnittstelle und 4.1 Bluetooth. Ausgeliefert wird das Asus AeroG Strix GL503VM mit Microsoft Windows 10 Home oder wahlweise mit Windows 10 Pro. Zusätzlich mitgeliefert wird MacAve, LiveSafe und Netflix ist auch schon vorinstalliert. Wie auch die AeroG Apps wie zum Beispiel das AeroG Gaming Center. Aktuell wird diese Hardware Version, die wir hier stehen haben, für 1.749 Euro angeboten. Unser Fazit, Asus hat mit dem AeroG Strix GL503VM eine gute Hardware Konstellation für einen guten Preis-Leistung auf den Markt gebracht. Beachten sollte man aber die recht laute Geräuschkulisse und die erhitzte Oberfläche oberhalb der Tastatur. Ja, das war mal wieder eine Hardware Review von uns, diesmal zum Asus AeroG Strix GL503VM. Und wenn euch die Review gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung von euch freuen. Wie natürlich auch über eure Abos und Kommentare. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.